Vorführung der Mechanik irgendeines Chesterfield Schlafsofas, zufälligerweise in grün, zufälligerweise in D100. Aber das, was wir jetzt vorführen, gilt für alle. Egal in welcher Lederqualität, in welcher Farbe. So, auf los geht's los. Wir nehmen zuerst die drei Kissen raus. Wunderbar. Jetzt fahren wir ganz vorsichtig dieses Bett raus. Da muss man am besten vorsichtig bis zum Anschlag. Ja, genau. Jetzt. Ja, weiter. Was aber ich sage hier. So. Vorsicht zu einem rüberziehen. Ja, genau, richtig. Gerade. Und jetzt umlegen. Richtig. Super. Das war schon alles. Einfach vorsichtig aufklappen. Und jetzt kommt irgendeine Bettdecke. Hier kann man es nochmal so ein bisschen festbinden. Das ist aber nicht so wichtig. Jetzt kommt irgendeine Bettdecke da drauf. Oder auch zwei oder drei. Und da oben kommt ein Kissen hin. Super. Und das ist das ganze Schlafsofa. Und der gleiche Vorgang, wie gesagt, rückkehrt, die Kissen wieder rein. Und schon ist es ein ganz normales Schlafsofa. Und da unten. Vielen Dank.